Ein herzliches Willkommen zurück in Dantoria und wie immer mit Malkondo. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin auch dabei. Ja, und Wusimus in Firnwaldsruhe. Hallo. Hallo. Hier ist Baum gewachsen. Hallo Wusimu. Hallo. Und wir haben heute Besuch. Hallo Malkondo. Wir haben Besuch, ja. Wir haben Besuch. Ihr könnt ihn noch gar nicht sehen, den Besuch. Nein, aber ihr könntet ihn theoretisch hören. Genau. Ja, hallo. Hallo Besuch. Hallo Besuch. Hallo. So, jetzt dürft ihr raten, wer der Besuch ist. Schreibt es in die Kommentare. Ja. Deiner Tipp hat ein Brathähnchen in der Hand. Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Leute, also jetzt müsst ihr drauf kommen. Das geht gar nicht anders. Eben. Ja. Ja. Ja, wer ist es denn nun? Na, der gute Joe Slow. Der Joe Slow ist da, jawoll. Hallo Joe Slow. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, du möchtest ja heute ein Haus bauen, ne? Mhm. Ja, der hatte das ja schon, äh, ne, hattest du das angekündigt im Video? Ja, ich glaub, du hattest das im Video angekündigt, ne? Ja, ja, da hatten wir uns eigentlich den Bauplatz auch schon ausgesucht. Richtig, richtig. Genau, da ist was gewesen. Ja, und diesmal, heute ist es halt soweit. Er möchte jetzt halt sein Haus an den Abhang bauen. Irgendwie so, was war das doch? Das Haus am Hang? Genau. Genau. Das Haus wollte ich nämlich schon immer mal haben. Ja, und jetzt kannst du dir das erfüllen. Ach ja, genau, das war die Geschichte mit dieser Mega-Tastatur, äh, der kloppt ja immer so auf seiner Tastatur rum. So laut ist meine Tastatur eigentlich nicht, aber mein Mikro, das zeichnet halt ziemlich stark auf. Das ist ein Großmembraner. Ach, herrje, ein Großmembraner hast du. Ja, so ein riesen Klotz ist das. Also kein so ein kleiner, so ein kleiner Knüppel, so ein riesen Ding. Ähm, machst du irgendwas an einem Video? Warum hast du den Großmembraner? Weil ich hatte am Anfang nur mein Mikro von der uralten Soundkarte und das war eigentlich ziemlich müllig. Und ehe ich mir dann irgendwie was anderes mülliges kaufe, habe ich mir direkt was Gutes gekauft. Ja, okay. Okay. Das ist nicht so. Okay. Ja, es ist ja eigentlich eher so üblich, dass man jetzt als Let's Player oder so, da ist das ja schon fast Standard, dass die Leute alle ihren Großmembranern durch die Gegend rennen. Aber jetzt so als, ähm, als, als jemand, der das gar nicht, der keine Let's Plays macht, ist das ja schon eher ungewöhnlich, dass man, weil so günstig sind die Dinger ja nun auch nicht. Ja, also ich habe so 70 Euro oder 80 dafür bezahlt. Dann gehe ich mal davon aus, du hast dieses MMX, äh, nee, MMX nicht, irgendwas mit 440 USB irgendwas. Nee, ich habe ein Blue Microphone Snowball. Einen Snowball, also einen Schneeball hast du. Genau. Hat das auch irgendwas mit dem Schneeballsystem zu tun? Nee, das ist halt so eine Kugel. Ah. So 10 Zentimeter Durchmesser. Eine weiße Kugel. Nee, die hier ist, äh, verkromt. Wow, und auch noch ganz edel. Auch noch ganz edel. Ja, und weiß wird man sich wahrscheinlich holen, wenn man einen Mac-Rechner hat oder so, was dann da gut dazu passt. Ja, genau. So, ich komme jetzt mal rüber zu euch. Ja. Ich bin nämlich auch so auf der Hühnerinsel fertig. Ich habe jetzt die Hühner mal eingezäunt und hoffe, dass die dann auch dort bleiben und nicht immer ins Wasser huschen und ersaufen. Äh, ja, äh, Joe, du rennst jetzt hier gerade etwas wirr durch die Gegend. Brauchst du irgendwas? Ja, ich brauche noch zwei Stacks Eichenholzstämme. Eichenholzstämme? Ja. Zwei Stacks? Müssten im Lager sein. Echt? Haben wir so viele Eichenholzstämme da? Ja, ja, ja. Geh doch einfach mal ins Lager und dann bedienst dich da. Ja, wir haben nämlich, ähm, in der nächsten Aufnahme, äh, den Helferlein zu Gast, der uns dann wieder alles aufhören kann, was du da jetzt verbrauchst. Genau. Ähm, so, ich bin jetzt bei der Kirche übrigens dabei, liebe Leute, mache da weiter. Da hatte ich vor, ich glaube, dass es der Yoshi gewesen ist, der geschrieben hatte, dass das Dach nicht so zur Geltung kommt. Mhm. Und, ähm, deswegen habe ich das jetzt nochmal einen höher gezogen, denn er hat da nämlich definitiv mit Recht. Von unten sieht man das halt, oder sah man das halt sehr schlecht. Jetzt habe ich das nochmal einen, einen, äh, Klotz sozusagen höher gezogen. Und jetzt sollte das eigentlich auch besser zu erkennen sein. Ich gucke. Ja, geh du mal gucken. Hm, ja, also von, von unten tatsächlich nicht. Nein? Ja. Also ich finde, das ist jetzt schon erheblich besser als vorher. Aber so von weiter weg ist das in Ordnung. Also ich finde jetzt, wenn man es jetzt noch höher zieht, dann wird es irgendwann, äh, sieht es dann auch scheiße aus. Ja, das stimmt. Also ich finde ja, du könntest das Kreuz so aus Glowstone machen. Jetzt hör aber auf, ey. Da hat doch der, der gute Wusimu hat doch diesen Vorschlag gemacht. Ja. Und, ähm, ja, das, das Ding ist, ist folgendes. Ich hatte dann, ähm, ich musste gleich anfangen zu lachen irgendwie, als ich diesen Kommentar, lesen hab, von wegen mit Glowstone. Da fiel mir als erstes mal gleich diese, ähm, diese Kirchen, diese amerikanischen Kirchen von Wunderheilern ein. Ja. Ja, die immer mit diesen blinkenden, leuchtenden Kreuzen und so ein Kram da rumrennen. Ja, ich glaube, das, das sieht dann irgendwie albern aus. Ich meine, ne, also, äh, danke für den Vorschlag. Und gelbe Wolle? Dann sähe es aus wie ein goldenes Kreuz. Ah. Äh, okay. Das wäre vielleicht noch eine Maßnahme, aber muss das nicht immer so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen nach, wir haben gar kein Geld aussehen. Wir sind ja so arm, wir sind die arme Kirche. Ansonsten würdest du dann, äh, würdest du dir Gold holen, wenn du Geld hättest. Ja, stimmt. Naja, das stimmt, da würde ich keine Wolle benutzen, da hast du natürlich auch wieder recht. Ja. So, naja, mal gucken, ich, äh, übergeleg mir das mal. Ja, ich mach jetzt erstmal den, äh, Marktplatz hier fertig. Ja. Ja. Und werde dann gleich nochmal eine Brücke machen zur Kirche rüber. Ja. Dass wir da bequemer rüberlaufen können. Ich hab da auch eine kleine Idee, das würde ich dann, ähm, ja, gleich mal gucken und besprechen mit dir. Okay, die kleine Idee. Ja, die muss ich aber jetzt erst noch zu Ende in meinem Kopf, äh, formen, denn die ist das eine sehr spontane Idee. Eine spontane Idee. Mhm. Okay. Na, Katze, bleibst du da sitzen. Ja, wie man das so ein bisschen schöner machen kann, weißt, mit dem Übergang da. Mit dem Übergang. Zur Kirche. Ja. Ja, okay. Ich, äh, ich, ich glaube, ich kann dir folgen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Okay. Das macht nix. Bäh. Du brauchst mir nicht folgen, du brauchst das dann nur so machen, wie ich es dir sage. Bäh. Bist runtergeflogen? Bin abgestürzt. Echt? Glücklicherweise bin ich nicht draufgegangen. Hahaha. Das hätte ich ja zu gern gesehen. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass du das gerne gesehen hast. Wahrscheinlich nicht nur ich. Wahrscheinlich nicht, nein. Okay, ich muss das etwas anders machen, so. Ähm. So, mal eben gucken. Jetzt lasse ich da mal die Leiter dran. Habe ich eigentlich noch Leitern dabei? Tatsächlich, ich habe noch Leitern. Ich brauche mir gar keine holen. Na, das ist doch super. Das ist spitzenmäßig, würde ich sagen. Ähm. Dann brauche ich jetzt ein bisschen von dem Neterstein, äh, Treppendingen sind da Zeugs. Ja. Dann besorg dir doch mal was. Warum habe ich denn da nichts mehr von, was wollen wir das? Habe ich da nicht irgendwie... Ich hatte doch letztes Mal welche gemacht, oder täusche ich mich da jetzt? Wo habe ich die denn wieder hingesteckt? Ach, keine Ahnung. Ich war nicht dabei. Haha. Naja, egal. Mache ich mir halt neue. Da kann ich dir also nicht helfen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Dass ich da wieder ganz alleine stehe. Ja. Das macht aber auch nichts, denn ich werde da eh noch mehr als genug verbrauchen. Hm, wahrscheinlich. Das olle Dach da, das verbraucht ja noch ordentlich. Mhm. Werden wir bestimmt auch nochmal rüber müssen, ne? Und holen müssen. Äh, bestimmt. Ähm, Joe, hast du eigentlich ein Bett dabei? Nee. Solltest du dir vielleicht für den nächsten Tag mal ein Bett besorgen? Ja. Es wird nämlich dunkel. Steht hier oben noch eins? Wo? Nein, hier steht keins. Also ich habe nur meins, was ich jetzt in die Kirche gebaut habe. Und das benutzt du heute auch? Das benutze ich heute auch, ja. Das benutze ich immer, wenn ich hier an der Kirche arbeite. Da liege ich nämlich jetzt schon drin. Ich habe auch ein Portables dabei. Ein Portables Bett. Ja, aber auch nur eins leider. Naja. Ich baue mir gleich eins, weil ich brauche ja für mein Haus E1. Genau. So. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ja, guten Tag. Schon hätten wir es wieder. Ja. Die Nacht ist vorbei. Die Nacht ist vorbei. Und ich habe ein Bett. Und du hast ein Bett, ja. Das ist schon mal sehr schön. Das ist gut. Betten sind wichtig. Und zwar kein geklautes. Hast du ein eigenes Bett geholt? Ein eigenes. Nee, ähm. Eins gemacht. Ach, du hast ja ein... Ach so. Hat nicht mal sein eigenes Bett genommen aus dem Schlafhaus. Da ist hier ein Skelett. Hast du ein Skelett? Ein Schack. In grünen, äh, Strumpfhosen. Ein Schackengel. Ja. Dann habe ich erledigt mit einem Schlag. Ein grünen. Okay. Das ist schon irgendwie... Robin Hood. Schack. Schack. Ein Robin Hood-Typ. Ein Robin Schack. Ein Robin Schack. Auch nicht schlecht. Ja. Huch. So, das wird aber kompliziert hier. Ja. Ich glaube schon. Und warum? Ich gerade nicht weiß. Warte mal. Ach, das kann man dann immer noch mal. Äh. Bindet sich das jetzt so? Ach, verdammt. Das ist doch alles... Was fluchst du denn da rum? Ach, das funktioniert nicht, wie ich mir das so... Was... Was funktioniert denn nicht? Ja, hörst du mal auf, so komisch mit mir zu sprechen? Komm, erzähl doch mal der guten Mulan. Ja, was funktioniert nicht? Das ist doch nicht wahr. Ich fühle mich leicht verarscht. Nein. Ja, ein bisschen. Nein. Ja? Das kann nicht sein. Doch. Ich würde dich niemals verarschen. Na, ich weiß. Deswegen kommt mir das ja eigentlich auch so komisch vor. Naja. Ich weiß ja, dass du das nie tun würdest. Nie nicht. Niemals. Trau ich mich gar nicht. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Ganz genau. Ja, erzähl mal. Was ist denn dein Problem? Ach, das hat sich schon erledigt. Gut. Ist schon gut. Ist schon okay. Dann helfe ich dir eben nicht. Nee, brauchst du auch nicht. Ich habe es schon selbst geschafft. Ich kriege das auch so hin. Dann ist ja gut. Ich wollte ja nur nett sein. Ja. Ursprünglich. Ja, ja. Ja. Ist schon klar. So. Ich habe es jetzt erledigt. Jetzt mal Kondo beleidigt. Nö, bin ich gar nicht. Überhaupt nicht. Gar kein Stück. Nicht? Nein. Dann ist gut. Kein bisschen. Aber ich gleich. Mir reichen nämlich die Steine nicht. Ach, so ein Saukram. So. Ich muss die paar nochmal rennen. Was machst du denn in der Kirche? Faulenzt du wieder? Ich faulenze, ja. Okay. So. Lauf. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich das. Ich baue jetzt hier gerade einen Anbau. Baust einen Anbau? Ich baue einen Anbau. Das hört sich ziemlich doppelt gemoppelt an. Kannst du mal ganz kurz zum... Nee, kann ich nicht. Dann eben nicht. Wo soll ich denn hin? Mal herkommen. Ach so, herkommen. Ja, na klar. Klar kann ich herkommen. Gar kein Problem. Ich würde gerne was mit dir beraten. Du müsstest mir dazu nur sagen, wo du überhaupt... Ach, da bist du. Schau mal. Ich schau mal. Wenn wir hier jetzt... Lassen wir meine Truhen zufrieden. Ich gehe doch da gar nicht überhaupt nicht ran. Das habe ich schon vorher erledigt, bevor du da warst. Ach so. Guck mal. Hier ist jetzt ja so irgendwie so Schlucht und so, ne? Ja. Ich würde die ganz gerne lassen. Okay. Beziehungsweise noch ein bisschen formen. Ja. Ja. Bis, ähm... Wählt ihr dabei eigentlich was auf, Mulenja? Was? Wir wollten eigentlich unseren Dorfbewohnern sagen, dass die hier mal ein bisschen Terraforming machen, ne? Alter Schwede, wo sind die? Haben die nicht gemacht. Schlag sie tot. Ja. Guck mal, dass man irgendwie bis hierher geht oder so. Ja. Hier, so in dem Bereich. Ja, ich kann dir folgen, ja, ja. Und hier einfach die Schlucht ein bisschen so lässt, wie sie ist, so ein bisschen schluchtiger macht vielleicht noch. Schluchtiger, ja. Ja. Und das hier auch, ja? Auch schluchtiger. Ja, so ein bisschen auffüllen, so ein bisschen schöner machen. Und hier vorne. Ja, 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 ja. Ja, ich kann dir folgen. Hier. Ja, mhm. Okay. Also hier baut ja dann Joe sein Haus hin. Dass man einfach das hier so nimmt als Ende, als Abschluss und dann einfach so ein kleines Flüsschen dahin macht. Einen Fluss finde ich eine sehr gute Idee. Und dass man dann einfach jetzt hier eine Brücke rüber macht zur Kirche. Die würde ich allerdings ganz gerne eigentlich von hier rüber ziehen. Schräg rüber? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie, ist das blöd, weil der Eingang nicht mit dem Dorfplatz übereinstimmt. Ach, Molenja, das ist doch überhaupt gar kein Problem. Ich kann die Kirche auch gerne wieder abreißen und woanders hinstellen. Gut, das finde ich gut. Dann fang mal an. Das ist überhaupt gar kein Thema. Also so, dass der Eingang hier ist, weißt du, dass das symmetrisch ist. Ja, ja, klar, natürlich. Du, ich mache mich sofort ans Werk. Ich bin schon dabei. Nein. So viel erledigt. Komm noch mal bitte wieder. Wie soll ich denn, wo soll ich denn die Brücke hin machen? Willst du die hier hin haben? Ja, mach doch ruhig so. Also ich finde, das muss gar nicht so gerade alles sein irgendwie und nicht so, so. Irgendwie jetzt hier ist die Mitte vom Dorfplatz, also muss das hier so in der Mitte auch rüber und so. Ja, okay, gut. Dann werde ich das hier machen. Na. Na, also. Das habe ich nur geflüstert. Das könnt ihr nicht gehört haben. Nein, haben wir auch gar nicht. Haben wir auch gar nicht mitbekommen. Ich muss mir auch eine Axt klauen gehen. Ja, klau dir meine Axt. Wo willst du denn die klauen? Äh, im Lager auch. Bei dir. Der will die von uns klauen? Nee, das wäre nicht so eine gute Idee. Nee, nicht im Lager, in der Schmiede. In der Schmiede, ey. Da kann man doch extra klauen, oder? Ja, ja, das ist ja auch dafür da. Ist extra zum klauen. Ich finde, wir machen, Mulenja, weißt du, was wir machen? Ja. Wir machen, ach so, wenn du es schon weißt, brauchst du ja nicht sagen. Hallo. Hallo. Wir machen eine Klaukiste. Eine Klaukiste? Was hältst du davon? Eine Klaukiste. Ja, finde ich gut. Guck mal. Guck mal, bitte. Ja, ja. Also, wenn ich jetzt hier, ne, hier könnte man doch jetzt diese Treppenstufen nehmen und komplett mit der Brücke verbinden, ja? Dass man zum Haupteingang nur über die Brücke kommt. Was hältst du davon? Okay. Weil hier, diese Ecken, die müssen natürlich weg, ne? Das sieht ja total blöd aus. Ja, ich hab das ja auch nur gemacht, damit ich mich hier vernünftig bewegen kann. Und hier machen wir dann ja auch wieder schon richtig Ufer und so. Naja, ich hab ja auch nicht vor, das soll ja auch nicht so bleiben, dass die Kirche hier so... Alles klar. Dann mach ich mich jetzt da ran, an die Brücke und so. Kannst du mal aufhören mit diesem Blödsinn? Was? Mich einfach zu unterbrechen und zu ignorieren? Tue ich doch überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Ich fange jetzt hier mit der Brücke an und dann sind wir mal. Ja, ich mach mal die Tür zu hier. Tu doch, was du nicht lassen kannst. Äh, Mulen, ja, da du grad da bist... Äh, Moment, da bist du ja... Ähm, sehr nett von dir, danke. Äh, halt, warte. Hier, hallo. Sch, 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 huu. Hallo. Ja, ich bin ja... gucke euch hier. Ja, äh, gib mal Fackeln, bitte. Drei Stück oder so. Ich wusste doch, dass sie euch hier dabei hat. Da brauchte ich gar nicht fragen, hast du Fackeln? Nein, das ist... weißt ich sofort. Ja, sie hat Fackeln. Ach, du tust grad so, als wenn ich immer Fackeln dabei hätte. Aber danke dir erstmal. Ja, äh, bitte. Okay, ähm, da drauf oder soll ich da lieber... Nee, Moment, wir machen das anders. Aber ich hab gar keine Schaufel. Hast du eine Schaufel hier? Ja, aber die ist aber schon... Nein, warte, hier, ich hab doch die... Du hast mir letztens die Diamantschaufel gegeben. Ah, gut, gib mal her. Doch, bitteschön. Danke. Bitte. Vielen Dank. Bitte. Alter, sind das Stelzen hier. Der Joe hat aber Stelzen. Hey, Joe. Ja. Du hast aber Stelzen, du. Ja. Ja. Gut aus, gell? Ja. Die eine Stelze sitzt bloß falsch. Ja, das seh ich. Ich hab bloß eine Holzachs gefunden. Hm. Ah, das ist ja blöd. Dann bastel dir doch eben schnell eine. Ja, wir haben ja genug, kannst du ja eine machen. Ist ja kein Problem. Eben, bedien dich, bedien dich. Ich hab bloß kein Eisen gefunden. Äh, in der Küste? Ist da kein Eisen? Ach, hinten in der Küste. Wenn nicht... Ach, jetzt brauch ich auch keins. Wenn nicht, dann ist das Wusimus schuld. Ich kann dir aber auch eine Axt geben. Guck mal hier, ich hab noch... Die ist zwar kaputt. Die ist zwar blöd, aber kannst du erst mal nehmen. Da kannst du zwar nichts mit anfangen, aber... Die ist ja garantiert besser als die Holzachs. Gut. Ja, bestimmt. So. Okay. Zack. Ähm. Zack. Ach, verdammt. Ja, so, eventuell. Dann konnte man doch... So, da noch lang. Und ja, und eventuellerweise. Hm, mal gucken. Halt doch mal die Klappe da. Weißt du, das ist echt schlimm. Du quatschst und quatschst und quatschst. Ich quatsch doch gar nicht. Ich quatsche nie. So, das sollte jetzt... Ich hoffe gleich sein. Ich müsste mal kurz... Gott, also so in der Luft hängend arbeiten. Also so Sachen, die in der Luft hängen. Sind echt übel. Ich kann das immer nicht abschätzen, ob ich da in der richtigen Höhe bin. Okay, aber das scheint gut zu sein. Dann könnte ich jetzt Theo praktisch... Theo energetisch. Was machst du denn da? Wie, was? 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 Was du da machst? Gar nichts. Ich glaube, hier portet sich gerade ein Enderman hin und her. Glaubst du das? Es wird ja auch schon wieder dunkel. Und außerdem ist der Part auch schon zu Ende. Ah, okay. Ja, ja. Kann ja nicht sein. Das ist total schnell, ne? Also ich habe auch mal das Gefühl, irgendwie... Macondo will mich veräppeln. Ja, es ist echt schlimm. Das hatte ja auch schon der gute Yoshi bemängelt. Deswegen hatte er ja auch geschrieben bezüglich des Dorfes, dass er sich schon vorstellen könnte, mal ein etwas längeres Projekt hier in Dantoria zu machen. Da man ja immer nichts schafft. Ja, stimmt ja auch. Man schafft das so gut gar nicht. Also ich bin ein Bett. Gut. Okay, ja, ich auch gleich. Ja, gleich. Du sagst, wenn du im Bett liegst, ne? Wäre ich? Ja. Ja. Ich sag dir, wenn ich im Bett liege. Moment, ich muss noch eben hier die Erde abbauen. So, jetzt geh ins Bett. Jetzt ist es aber dunkel in deiner Kirche. Sogar keine Angst vor Monstern. Ich bin im Bett. Ich auch. Doch, habe ich. Deswegen will ich ja auch ganz schnell da gleich Fackeln einbauen. Okay. Ist ja der Grund, weswegen du mir welche geben solltest. Und dann sollten wir jetzt auch den Part beenden. Alles klar. Also dann. Ja. Beim nächsten Part wieder mit Hey Joe und mit Hey Wusimu und mit Hey Mulenya und Yeah, mal Kondo. Bis zum nächsten Part, Leute. Genau, bis dann. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.